Hi! Das ist nichts besonderes, aber heute machen wir wieder einen Cocktail. Und zwar keinen geringeren als den Cookie & Booth. Den kennt ihr vielleicht noch nicht, aber wir sind uns sicher, ihr werdet ihn lieben. Ihr kennt es alle, ihr habt euch gerade mal wieder bei McDonalds einen Milchshake geholt und denkt euch einfach nur, what the fuck, bin ich zwölf oder was? Da fehlt eindeutig ein bisschen Alkohol. Dem können wir Abhilfe schaffen. Heute zaubern wir euch nämlich einen cremigen Drink, der zudem auch noch richtig Spaß macht. Was brauchen wir dazu? Eigentlich nicht viel. Einmal hellen Rum, heute nehmen wir Bacardi. Dann Cookie Dough Eiscreme, Kaffeelikör, das ist Kalua, den Tim in seiner grenzenlosen Ästhetik in eine neutrale, aber wie ich finde recht hübsche Flasche umgefüllt hat. Vanillesirup, Milch und nicht zuletzt einen Mixer. Legen wir also los. Wir nehmen das Mixer-Gefäß und fangen mit dem Cookie Dough an. Drei beherzte Löffel sollten ausreichen. Wenn es vom ersten Mal, so wie bei mir, jetzt ein kleines bisschen mehr wird, wird der dritte Löffel vielleicht ein bisschen kleiner. Das ist kein Problem und ist sowieso eher eine Augenmaßgeschichte. Und zwar aus dem Grund, dass hier zwischen immer noch Luft ist. Das legt sich also nachher sowieso noch. Weiter geht es mit 3Cl Bacardi. Ebenfalls 3Cl brauchen wir vom Kaffeelikör. Kleines bisschen vorsichtiger jedes Mal. Vom Vanillesirup brauchen wir 1Cl. Haben ja über das Eis schon ein kleines bisschen Süße drin. Wir wollen tatsächlich ein bisschen mehr Vanilligkeit rein kriegen und nicht mehr so viel zusätzliches Süße. Wir würden jetzt tatsächlich sagen, dass wir von der Milch 12Cl dazugeben. Das ist allerdings eine Sache, da müsst ihr selber ein bisschen gucken. Die Sache ist die, dass wenn ihr ein Milchschickartiges Getränk haben wollt, was auch ein bisschen eine ähnliche Sehnlichkeit hat, dann darf es vor allen Dingen nicht zu flüssig werden. Weil sonst habt ihr einfach nur süße Milch. Was wir empfehlen, deshalb ist, dass ihr so ein bisschen guckt, wo euer Eis im Gefäß ist und gießt es einfach ein kleines bisschen auf, sodass vielleicht alle Zutaten ein bisschen miteinander abschließen. Das sollte in Ordnung sein. Vielleicht bleibt am Ende ein kleines bisschen übrig, aber das ist okay. Dafür habt ihr dann ein Ergebnis, das auch wirklich schmeckt. Das war es auch schon von den Zutaten. Wir setzen den Deckel auf und machen uns den Mixer bereit. Natürlich sind wir uns der Tatsache bewusst, dass nicht alle von euch einen Mixer zu Hause haben. Ihr könnt es natürlich auch im Shaker machen und damit ein ähnliches Resultat erzielen. Wie ihr sicher wisst, das Ziel ist, eine gewisse Sämigkeit in der Struktur zu behalten. Deswegen müsstet ihr, wenn ihr es im Shaker macht, darauf achten, auch kräftig zu schaken und vielleicht auch ein ein kleines bisschen länger zu schaken. Und wichtig, ohne zusätzliches Eis, um das Getränk nicht weiter zu verdünnen. Wir machen es heute, wie gesagt, in einem richtigen Mixer. Fest verschlossen. Setzen den Aufsatz ein und dann wird geschickt. Wichtig zwischendurch auch mal kurz aufhören, damit sich das Getränk wieder ein kleines bisschen setzen kann und eventuell mit dem Messer auch noch andere, also, wie sagt man, Bereiche im Getränk erreicht, die vorher nicht an die Messer herangekommen sind. So, jetzt sollte das Getränk schön aufgeschäumt sein. Stellen den Mixer hier ein bisschen zur Seite. und nehmen uns unser Glas, was wir vorher schon mit Eis und Wasser vorgekühlt haben. Und zwar aus dem Grund, damit der Trink nicht gleich zerfällt, wenn wir ihn gleich sonst in ein warmes Glas geben würden. Gucken wir das aus und haben dann hier ein wirklich schön vorgekühltes Glas. Öffnen das Mixergefäß und füllen das Getränk ein. Und man sieht gleich, es ist eine herrliche Milchshake-Struktur. Jetzt ist er prinzipiell auch schon fertig, aber das Auge trinkt natürlich mit, also wollen wir ihn noch ein klein wenig garnieren. Und womit macht man das besser bei Cookie-Do-Eis, wenn nicht mit einem Cookie. Machen wir hier einen Keks der Art Prinzenrolle. Wir wollen den ein kleines bisschen zerkleinern. Ich zerbreche ihn erstmal ein kleines bisschen und nehme dann den Stößel dazu und mache ihn noch ein kleines bisschen feiner. Muss gar nicht allzu fein sein, weil wir machen das ja rein, um ein bisschen Struktur zu haben. Und damit es ein bisschen interessant im Mund ist, kann da auch ruhig mal ein bisschen größeres Stück mit dabei sein. Einen kleinen Löffel und haben jetzt hier eine herrliche Schoko-Keks-Mischung. Die werden ein kleines bisschen darüber geben können. So viel wie ihr wollt. Und natürlich darf auch was Fruchtiges nicht fehlen. Ihr wisst, wir mögen Beeren. Also gibt es einen Beeren-Spieß. Blaubeeren in diesem Fall. Die machen sich ganz herrlich, nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich zum Cookie-Do-Eis. Und fertig ist er, der Cookie & Booze. Der Albtraum für alle Bartträger. Jimmy, was meinst du? Erwachsen keksig. Ich glaube, den trinke ich jetzt nur noch. Das glaube ich dir sofort. Für mehr Videos zu Cocktails und Drinks einfach den Subscribe-Button. Das ist auch gut, da Arzt heißt die EMPLλεuer zu kommen. Das ist auch gut, du tippst. Ich bin ein gutes Blätschen. Das ist auch gut. Das ist auch gut, du. Ich bin ein wenig großartig. Dinnere ich besuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017